Es ist großartig! Bei genauerer Betrachtung fällt mir die Stuhlartigkeit dieses Stuhles erst richtig auf. Ah, es fühlt sich gut, wieder auf Melee-Island zu sein. Der Hub der Piraten in der Karibäne, wo jede gute Expedition beginnt. Ich sehe einige alte Freunde und mache Dinge rollen. Oder in diesem Fall. Hi, ich bin Guybrush Threepwood, erinnert mich? Ich habe dich nicht gesehen, wie ich Threepwood habe. Was hast du gemacht? Oh, du kennst. Freibooten, meistens. Schrauben die Buckels und so weiter. Aber jetzt bin ich mit einer Expedition zusammen, um zu finden das segreste von Monkey Island. Oh, du bist mit Lechuk? Was? Lechuk ist hier in Melee? Ist es eine große Panik? Die Leute evakuen? Ah, er scheint nicht interessiert in Karnage am Moment. Was? Das Schiff ist hier gerade, um die Spiegel und Crew zu verabschieden. Wie kann ich es dir sagen? Insofern, nein, ich bin nicht mit LeChuck. Du kennst meine Geschichte mit ihm. Ausflug hat es dir nicht gelohnt? Oh je, das tut mir leid. Verdächtig bekannt, ja. Wir waren während meiner gesamten Karriere, Feinde. Er war ein böser Zombie-Geist, aber auch erschreckender Meere. Er ist ein böser Zombie-Ghost-Pirate, Terror des Sees und manchmal das Land. Er ist eine schreckende, schreckende, schreckende Skalliwäge. Er ist eine schreckende, schreckende Wiener. Und ein leidiger Talker. Und ich bin... nicht solche Dinge. Sie sagen, dass die Gegend sind, aber ich weiß, was ich? LeChuck hat meine Frau verabschiedet. Sie hat immer die Designs auf sie. Ich bin auf Monkey Island, um sie zu finden und zurückzukommen. Oh, ich dachte, dass du noch nicht verabschiedet hast, wenn das passiert. Und sie hat sich nicht mehr oder weniger zu retten? Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Darum geht's doch gar nicht. Hahaha. Ist so gut. Hahaha. Hahaha. Jetzt geht das wieder los. Wir heuern wie der Mannschaft an. Die Skumbar. Es ist so gut. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Es hat sich das Warten gelohnt. Und ich glaube, es kann einfach nichts mehr schief gehen. Das Spiel wird großartig werden. Ich liebe es jetzt schon. Lieber Kevin, ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Fühl dich gedrückt. Fühl dich gedrückt. Schade, wenn wir dir nicht vielleicht ein bisschen ablenken können. Fühl dich gedrückt. Gute Besserung. Alles, alles Liebe. Und das Lagerfeuer stand. Und das Lagerfeuer stand. Aber das wäre nicht viel Spaß für dich. Wie gut es ist. Es ist extrem gelungen. Hallöchen Isa. Uh, schön, dass du reinschaust. Einen wunderschönen guten Abend. Ich beobachte hier eine bestimmte Erinnerung. Ja, es sieht ein bisschen wie ein Ouhl, oder? Hi da, kleiner Junge. Hi da, kleiner Junge. Hi da, kleiner Junge. Okay, dann lasst uns mal zu den Docks runtergehen. Wir kennen die Insel, ja. Sogar das Wahlplakat von der Elaine ist nur hier. Oh, was? Carla? Oh, wow. Habe ich was verpasst? Habe ich was verpasst? Gouverneur Carla? Oh, Lichak belädt bereits sein Schiff. Sollen wir ihn mal besuchen, denn Lichak? Ich glaube, wir gucken mal, wie es ihm so geht, ne? Ich werde zuerst mit den Piraten anführen und springen. Okay. Ah, die Skamba. Die Skamba. Die Skamba. Die Skamba. Wannabees. Auch den Track habe ich immer geliebt. Die Skamba. Wenn du reinkommen bist, der ganz alte Skamba-Sound. Dann habe ich sofort wieder, sofort wieder Gänsehaut. Das war das, was mir gespildert wurde. Okay. Ich bin hier, um mit den Piraten-Liedern über eine neue Expedition. In der Back. Wir werden es gleich rausfinden. Wir werden es gleich rausfinden. Ich bin hier, um mit den Piraten-Liedern über eine neue Expedition. In der Back. In der Back. Oh, ein Sammelkarten-Quiz-Buch. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Ja, nimm es mit. Im hinteren Teil der Skamba ist der Keller. Eine Angeltrophäe oder die Küche. Chat, wer weiß es? Ich weiß es ja. Eins, zwei, drei oder vier. Was ist im hinteren Teil der Skamba? Was ist im hinteren Teil der Skamba? Eins für den Keller. Zwei für den Wal. Drei für die Angeltrophäe oder vier die Küche. Ah, da sind sie die Kenner. Vier die Küche. Genau das. Tada. Daaa. Geil. Wie gut ist das bitte? Das finde ich sauer cool. Das ist mega gut. Das ist großartig. Ich finde es mega gelungen. Ist ja nicht so, als ich es gerade gesehen habe. Aber den Kronleuchter-Typen gibt es nimmer mehr. Wow. Nice and hot. Ich frage mich, wie lange ich habe gesehen, bevor ich erst in die Hunde gewinnen habe. Nadine! Hallöchen! Den Hund auch nicht. Ja, stimmt. Nadine, wie geht es dir? Schön, dass du reinschaust. Hast du Pesco endgültig an Monkey Island verloren, ne? Habt ihr die Piratelieger gesehen? Das ist ihre Tafel. In Wahrheit, du würdest wahrscheinlich besser gehen. Du willst nicht hier sitzen. Es ist unsere Tafel, Remy. Wir sind die Piratelieger. Geh verloren. Oha. Überall wo ich hingucke im Monkey Island. Das musst du verstehen, Nadine. Warum spielst du eigentlich nicht? Wie ein Kind. Ich hatte ja nicht gehört, dass es einen Führungswechsel gab. Das wäre gut. Das wäre gut, Moggy. Besko spielt an meinem Lappi. Das ist frech. Ich hab' nicht gehört, dass es ein Veränderung gab. Oh nein. Ich hab' nicht gehört. Ich hab' nicht gehört. Wahrscheinlich nicht. Wie ist dein Kind der wästlige Mann, Kapitän Madison? Warte. Es war Kapitän Madison? Sie ist, wie, famous. Ich habe sie auf einem Schraubkarten bekommen. Seine Plunder-Stats sind großartig! Plunder-Stats sind nicht alles. Dann waren die anderen Kapitän Lila und Kapitän Trent. Es war Lila, die dich verraten hat, zu töten? Schau, sie waren nicht so groß, okay? Hör auf die Geschichte. Willst du ihn schlauern? Kein Problem. Er ist nur ein harmloser Hack, der denkt, dass er eine gute Idee für eine Piraten-Rade hat. 20.40 Uhr oder so. 20.35 Uhr. 19.35 Uhr, sorry. 19.35 Uhr, schätze ich. Vor einer halben Stunde knapp. Ah, wie frech die sind! Besko.6 Uhr. Ja, da war ich noch nicht daheim. Ich bin um 20.06 Uhr heimgekommen und habe gesehen, oh wow, es ist verfügbar! 20.35 Uhr. Es ist eine persönliche Passion. Ich will sie wirklich finden. Deine weisen Fetische sind nicht etwas, was ich nicht überraschend habe. Hahaha! Die sind gemein. He 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 he. Okay, ich fühle mich ein bisschen Reluktanz, aber hör mich raus. Die... Was? Ich könnte es hier für eine Zeit dauern, um zu helfen, eine Crew zu holen. Die Prozent der Ehrungen oder was? Niemand in hier will, um deinen Pipe-Dream zu holen. Warum es 18 Uhr released ist, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ihr habt nur gestern nachgelesen, dass die meisten Spiele auf Steam zwischen 18 und 20 Uhr released kommen oder 19 und 20 Uhr. Warum jetzt gerade 18 Uhr? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. An das Design muss man sich aber echt gewöhnen. Das Design ist... Wie gesagt, ich hätte es mir gewünscht, wenn sie sich an Depone herangehalten hätten. Das wäre mein persönlicher Wunsch gewesen, aber ich kann leben damit. Sagen wir es einmal so. Es ist extrem gewöhnungsbedürftig. Ab 0 Uhr hat er geguckt. Ja, aber sicher nicht. Aber sicher nicht. Sicher nicht bei uns. Ich glaube auch, dass es bei den Amis tatsächlich nicht um Mitternacht kamen ist. Tatsächlich. Weil sonst wäre es wohl bei uns auch früher, als wir 18 Uhr kommen. Nehmen wir an. Aber ich weiß es nicht genau. Die Nase sieht so echt bis gar 18 aus. Die Nase sieht ein bisschen pervers aus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die Nase hat ein bisschen was von... Ich blase dir dein Horn. Online habe ich es bei niemandem vorgesehen. Ja eben. Also ich habe auch den ganzen Tag geguckt und ich hätte es nirgendwo gesehen. Können Sie mich zumindest an einem notwendigen Schiff? Du hast gar nicht sogar ein Schiff. Du bist wirklich auf der Kriste. Auf der Kriste, ohne ein Schiff. Oh wow. Schau, wie sie sich lustig machen über mich. Mit Backing, ich kann es arbeiten. Es ist ein sicherer Feuerwerk. Du bist mit deinem Geld? Du bist mit deinem Geld? Ich bin nicht interessiert. Wenn du nicht diese Möglichkeit nehmen möchtest, LeChuck wird ihn holen. LeChuck? Ja. Der dreckige Zombie-Ghost-Pirate LeChuck selbst geht auch nach dem Geheimnis. Er ist hier in Melee bereit. Oh, toll. Oh, das ist so frech. Oh, das ist so frech. Das ist so frech. Wie gut. Das ist gut. Oh wow. Oh, wow. Oh, wow. Wut entbrannt. Oh wow, wie ein kleines Kind. Genau das. Geil. Genau das. Sieht merkwürdig aus und genauso merkwürdig wie es ist, genauso geil ist es. Es ist großartig. Es ist wirklich mega gut. Richtig gut da drin. Guy Brushed Threepwood, als ich in Rheed live, wie warst du? Das ist das Neue, ganz neu, Snacky, der offizielle dritte Teil von Monkey Island, Returned von Monkey Island, heute 18 Uhr released. Immer noch im öffentlichen Dienst kämpft, jetzt ging es gar gut. Alles gut, kein Problem. Habe ich auch anfangs des Streams, wie gesagt. Nehme keine Lübel. Das Neue Pirate-Leaders sind wirklich verrückt. Warum hast du sie in der Bar? Winktuch zurück. Winktuch zurück. Oh, ich denke ich höre den Gesundheitsinspektor. Was? Wo? Winktuch zurück. Winktuch zurück. Das Schöne wird nie alt. Winktuch zurück. Winktuch zurück. Also, du hättest einen Schiff auf den Docken? Ich denke ich werde einen schlösen. So weit wie ich weiß, der einzige Schiff da drin ist... Also, an und für sich für mich schon, Panda Force. Aber ich wollte gerade sagen, also solange jetzt niemand hier ist, der sich gespoilert fühlt... Also, ihr habt grundsätzlich kein Problem damit. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gehört ja eigentlich ein bisschen dazu. Ich finde, es gehört halt jetzt einfach zu der Geschichte dazu. Mehr ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Also, von daher, also für mich ist es definitiv in Ordnung. Und wenn jetzt nicht wirklich jemand hier ist, der sagt, wow, wow, nein, ich will nur eins, zwei spielen, bla bla bla, dann würde ich respektieren, aber grundsätzlich genieße es in Ordnung. Ja, wow, ja, ich habe es erst vor kurzem eins und zwei im Remaster hier gespielt. Und es ist einfach großartig. Genau, wenn jemand sie nicht spoilern lassen will, dann sagt Bescheid. Also, über die alten Teile. Versuchen wir es nochmal. Das kann ich den Gesundheitsinspektor hören. Was? Woher? Ich bin nur verrückt. Ah, der Schöne nie wird alt. Die Kannibalen. Geil, oder? Die habe ich, glaube ich, am allermeisten geliebt. Ob hier viele Maden rumlaufen. Ich erinnere mich daran, nie wieder hier zu essen. Ich erinnere mich, nie wieder hier zu essen. Kranzige Lebensmittel. Das Essen ist spannender, wenn du das Risiko riechen kannst. Wie gut. Gruß zum Bergehallöchen, Harry. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Sieht wie ein Mugshot. Mugshot. Aktive kleine Mann, oder? Aktive kleine Mann, oder? Was, Kerle? Wie ein Miniturtanzparty? Und zumindest sehen sie gesund. Und zumindest sehen sie gesund. Und zumindest sehen sie gesund. Ich erinnere mich, als ob es gestern war. Harry, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Könnt ihr euch noch erinnern an die Planke? Ob die wohl immer noch lose ist? Holzmöwe. Zum Gedenken an die luminösen Möwen von einst. Ich mochte Stain, glaube ich, am liebsten. Stain ist halt auch ein absolut genialer Charakter. Das muss man halt auch sagen, ne? Stain ist auch großartig. Was ist noch in der Arbeit? Was hast du denn da rausgekrampt? Hey, das ist aber nicht rausgekrampt, lieber Harry. Das ist das ganz neue Return to Monkey Island. Heute um 18 Uhr auf den Markt kommen. Seit Wochen vorbestellt. Heute ist es auf den Markt kommen. Return to Monkey Island. Ganz, ganz neu. Brand new. Die Quizkarte. Ich habe eine Quizkarte gefunden. Und wie komme ich zu der... Wie komme ich zu dem... Ah, hier ist das Quizbuch. Wie viele Fische befinden sich in dem Fischschwamm unter Lichak Schiff, wenn es vor Anker liegt? Oha. Ich traue mich noch gar nicht anklicken, die Quizkarte. Ich sehe das bei dem Schiff, bei dem Schiff, das jetzt da auch aktuell vor Anker liegt, auch. Weil das... Auf das habe ich noch nie geachtet, tatsächlich. Aber überhaupt noch nie. Oh, das ist knifflig, hey. Okay. Geil. Okay, pass auf. Dann lass uns nochmal rausgehen. Jetzt möchte ich gucken. Aber wenn das hier, das ist doch hier der Leuchter, oder? Ich vermute der Kronleuchter, ich vermute der, der da oben dran hing, der liegt hier unten jetzt als Umriss. Ich versuche... Ich fürchte fast, der ist gestorben. Ich glaube, das ist der, der da unten liegt. Könnte ich mir vorstellen. Also, lag. Gucken wir mal. Achte mal auf den Wechsel der Musik, je nachdem... Ja, ich weiß, hinten wird es rockiger, wenn du nach hinten gehst. Das stimmt. Das hat mir auch schon aufgefallen. Ja, Pustekuchen. Hier ist natürlich kein Fischschwamm. Ich habe mein Leben lang... Ich habe voll... Das ist mega gut vor allem gemacht, weil er fließend ist, der Musikwechsel. Weil es halt nicht abrupt jetzt eine neue Musik ist, sondern weil es fließend geht, oder? Das ist mega gut, ne? Ich will die Vollversion. Oh ja. Ähm... Ich will ja nichts sagen, aber... Die kann ich nicht beantworten, die Frage. Auf das habe ich nie geachtet. Das heißt, ich muss definitiv die ersten Teile nochmal spielen. Wer guckt denn auf sowas? Elaine! Jetzt kommt der schnulzige Teil. Ich habe gehofft, dass du in dieser Geschichte auftauchen würdest. Oh! 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 Warum nicht auf der Dockstelle? Ich bin sicher, dass du etwas findest. Danke! Ich versuche das. Du musst wahrscheinlich los. Wie ist dein Skirvy-Präsentation-Projekt? Es ist großartig! Wir werden viele Lime bekommen, viele Sälerinnen und viele Leben zu retten. Ich habe doch einen Weg mit dem Kapitän Maddison gelaufen. Die Pressure, die sie auf die Stadt setzt, macht es schwer für soziale Programme wie meine. Ich muss mal kurz was gucken. Und zwar... Sonst könnte man die Dialoge noch ums Herz langsamer, glaube ich, machen. Eventuell für die, die nicht ganz so schnell lesen. Und... Entsprechernamen einstellen für die, die die Charaktere vielleicht nicht kennen. Ich kann nicht als Skorbutter kranken so viel Zitronen wie Futter. Yeah! Ah, okay, jetzt steht Guybrush davor, Elaine. Ja, das lassen wir an. Sie ist derjenige, der geholfen hat, um das Land zu verlassen. Sie versteht nicht den Wert des Geheimen der Monke Island. Sie schreit mich an. Ich fühle mich schon besser, wenn ich nur mit ihr rede. Fühle ich. Me too. Oh! Oh, wie süß! Boah, ich sterbe hier! Hahahaha! Nein, du sagst doch erst. 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 Okay. Oh, wow! Bye! Gpsh! The best ever governor of Melee. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santo Domingo. It doesn't look finished. Okay. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine would kill me, if she caught me pulling down her flyers. Echter Voodoo. Wir gehen pleite. Alles zum halben Preis. The show here must be authentic, culturally and historically accurate. The sign says so. Lese Voodoo. Oh ja. Alles zum halben Preis vor allem. They're having a half off sale. Internationalen Markt für Mojo getreten. Da gucken wir natürlich rein. Die Voodoo-Tante, lassen wir sie nicht entgehen. The Voodoo here must be authentic, culturally and historically going out of business. This place is an institution. Ah, the international house of Mojo. This place hasn't changed in years. Der Ort, wo es die besten Voodoo-Puppen gibt. Nice to see you again. I have been waiting for you. Oh yeah. Und wieder, der Sound. Ich komme aus der Gänsehautner draus. Ich sage das, wie es ist. Ich habe dauerhaft Gänsehaut. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride. Free will. Not much. Oha. The way to the secret is like a Serpent, which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Oh. Ähm. Ich weiß nicht, ob das... You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Hahaha. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Okay. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much. Es gibt ein Hinweisbuch, hey. Oh wow. No charge. Now you must go. Juna. And your destiny lies at the docks. Danke Juna für deinen Resub im siebten Monat. Oh shit. Sergeuse Chanel. Karma Kretzius traded bis 8a advance. Denn jetzt los. Juna, danke für den Resub im siebten Monat. Und Chris, hallöchen. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid mit acht verbündeten Raiders. Hallö, hallö. Schön, dass ihr da seid. Wup, wup. Missy, Lisa, Mella, Juna, Waschka, Engo. Huhu, Chris, hallöchen. Vielen, vielen lieben Dank. Wie war euer Stream? Hattet ihr Spaß? Was habt ihr gemacht? Schön, dass ihr reinschaut. Hallöchen. Wipe me, dass ihr da seid. Und das ist da ESO. Schaut's gern beim Karma, Chris mal rein. Oh, wir haben einen Remix. Wir haben einen Remix hier. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, Missy, für deinen Resub im siebenten Monat auch schon. So wie die Juna gerade vorhin. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und das, was Panda Force vorhin noch sagt, übrigens sind die Abos momentan auch günstig. Ihr könnt schier mal ein Abo da lassen, wenn ihr anderwertig supporten wollt. Natürlich kein Muss. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke sehr. Danke, Missy. Wir spielen hier heute den nagelneuen Teil von Monkey Island, Return to Monkey Island. Heute um 18 Uhr erschienen. Ich bin völlig begeistert. Auch wenn die Grafik sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist. Es ging nichts an Spielwitz verloren. Es ist der absolut richtige dritte Teil. Genau das. Er knüpft nahtlos am zweiten Teil aus 91 an. Es ist großartig. Es ist großartig. Ich liebe es. Ich habe einen Clip von dir bei Twitch Clips Germany eingeschickt. Ich hoffe, es ist okay. Ja, es ist okay. Dort, glaube ich, hat es noch nie einen Clip von mir hingeschafft. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Mega, mega gut. Jetzt haben wir tatsächlich ein Hinweisbuch bekommen. Das werden wir tunlichst vermeiden, es zu verwenden. Meinetwegen, siehst du, das gibt es immer noch. Diese To-Do-Liste. Schickt ziemlich viele Clips ein. Finde ich cool. Das finde ich cool. Ich selbst tue es nicht, aber ich finde es mega cool, wenn jemand so etwas macht. Dankeschön dafür.